Willkommen zurück zu Transport Fever 2 die Leise, Hammer gelegt, Signale nehmen wir da nehmen wir sowas, ne wir nehmen die und jetzt einfach mal dazu entschieden eins haben wir jetzt dann brauchen wir da und da ja da will ich mal wieder sowas hier machen ja so, ja ok jetzt aber weiter Signale setzen und zwar da dann da und da kommen sie auch noch hast da haben wir Signale gesetzt das ist ja schon eine bestehende Linie da haben wir Signale gesetzt ja, haben wir gemacht wie wir sehen haben wir das schon erledigt dann heißt das für uns dass wir keine mehr setzen brauchen bis auf jetzt noch in dem einen Bereich wo wir da ausfädeln aber man fahrt ja immer die Linie nach um zu kontrollieren und das fast hier fädeln wir aus fast heißt dann am Ende für uns da 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 wir fahren da raus da raus da rein ja stimmt so das passt auch dann gibt es noch ein Signal wenn wir hier fahren und wenn wir hier fahren hast ja da vielleicht sowas noch da dann da und da mit wem teilen wir uns hier das Glas mit dem Güterzug ja ok neue Linie schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal und nach da rein eingleisig zweigleisig zweigleisig jetzt auch mal eine schöne neue Farbe genommen wo haben wir Hamburg äh da die Turan haben wir da hast Maschine Maschine Alltag Alltag ja jetzt gibt es Boss ok Alex passt schon jetzt gibt es wie drauf man hat es nicht gehört wir holen uns jetzt ein Fahrzeug was haben wir denn noch nicht so gut für dich wenn wir sowas hier nehmen was haben wir denn hier auf der Linie für eine die hier ok dann können wir doch dann mal die hier nehmen ja mit 60 nimmt sich da nicht viel das ist ok dann brauchen wir was sagen wir doch Maschinen Kaku und sowas vielleicht nehmen wir dich aber dann was für ein assist ist das hier eins was was für ein blau ist denn das noch das hier ein bisschen dunkler vielleicht das hier das gleiche das ist zu hell das hier ist es sicher nicht wie sieht es mit dem hier aus auch nicht und das hier und wie sieht das hier aus das ist ganz hell vielleicht bleibt bei dem ja passt passend zur Lok 1 2 dann 3 4 5 6 7 8 dann machen wir 8 Stück 1 2 3 4 5 6 7 8 und aufgrund der Länge kann man da auf jeden Fall 2 haben Maschine Alltag da passt ja ist ok ist ok das passt auch ja Linie steht auch Maschine Alltag Maschine was Maschine 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 so unser Zug nein ok ok wir müssen da 2 abgeben Kapazität passt aber eh ja wir haben die Länge hier nicht bitte ist halt so so Zug komm raus komm raus der nimmt gar nichts mit hinter E-Maschine mit oder hinten das ist jetzt so die Frage hat der Maschine aufgeladen LKW Hamburg ja ja der kann jetzt was mitnehmen das ist jetzt so die Frage wir haben die Doppelfunktion der nimmt hier mehrere Sachen mit das ist unser Zug oder ist unser Zug noch da drinnen ist er noch ist er da drinnen er fährt jetzt schon mal raus wir haben eh die Anzeige geschwindigkeit dann muss ich sagen wir gehen einmal da runter ja so einmal so mit so passt dann los geht's oder ein bisschen was müssen wir warten das ist ok ich würde aber sagen das machen wir dann in der nächsten Folge die Mitfahrt aber jetzt warten wir noch ein bisschen bis wir wegfahren können schauen wir mal danke fürs Ansehen hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal eure Schlumpf Tschüss